Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Alle meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. I Crymex OG. Ihr wisst nur Schein. Hey Leute, the Crymex hier. Was geht ab? Paul Berger. Heute werden wir gemeinsam mit den Jungs, den Millionär-Tycoon in Fortnite spielen. Wir haben unsere eigene Villa und werden gegeneinander ankämpfen. Und heute mit dabei, Stani, Esi und Russack. Was geht ab? Leute, ich würde sagen, gönnt euch jetzt mal den Erklärungspartnern. Ab geht's mit dem Video. Herzlich willkommen zum Millionär-Tycoon in Fortnite. Wir spielen heute gegen Esi, Standardskill und Russack. Jeder von uns hat seine eigene Villa und muss diese Villa ausbauen. Indem man mehr Leute einstellt, verdient man mehr Geld und kann sich bessere Waffen kaufen. Gewonnen hat der Spieler, der am Ende die meisten Münzen hat und am meisten Lamas von den anderen Gegnern aus dem Tresor der Villa geklaut hat. Aber vergesst nicht, wie immer, ein Like da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und verwende den Creator-Code iGramix OG im Item-Shop. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay Leute, jetzt geht's los. Jeder geht in seine Villa. Let's go, Leute. Okay, das ist meine Villa. Was hab ich für eine Villa? Hä, ich weiß auch nicht. Ich glaub, ich glaub in die richtige, oder? Das ist meine Villa hier. Oh, guck mal. Man hat hier schon einen Butler. Ich hab hier einfach schon einen Butler. Warte mal, bin ich hier in der richtigen? Ja, ich bin in der richtigen, oder? Stimmt, da steht hier ein Arm vorne dran. Wo steht... Warte mal, ist das hier mein Anwesen? Ich guck mal vorne. Raus aus meiner Bude, Bro. Ah, your base. Okay. Alter, Leute, gönnt euch mal meine Villa. Einen Butler haben wir hier. Raus aus meiner Bude, Digga. Was laberst du? Ich hab einen eigenen Butler, Junge. LoL. LoL, mein Butler heißt Standardskill. LoL, Digga. Oha, er geht wieder auf Familie. Was hat das mit Familie zu tun? Was redet ihr hier? Er ist doch dein Bro, oder nicht? Ne, ne. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Oha. Pizza-Service wichtig. LoL, Digga, bei mir ist der Lambo sogar blau wie mein Lambo in Reelife. Digga. Digga, kackblau. Einfach, die Mev wurde für mich gebaut. So, Leute, wir holen uns jetzt erstmal die Münzen und müssen hier alles freischalten. Und dann schnell in die Waffenkammer kommen, damit wir die anderen hochnehmen können. Ihr wisst Bescheid. Wir müssen hier bei dem Tycoon alle Räume freischalten. Aber was können wir hier als nächstes machen? Wir brauchen noch ein bisschen Cash-Mash. Ah, oh. Wichtig. Ich bin Max und hab gar keine Ahnung. Cash-Mash in die Tash. Okay, nächsten Raum freigeschalten. Oh, guck mal. Eine Putzfrau kann man hier. Eine Reinigungskraft kann man hier freischalten. Oh, LoL. Ich hab einfach iCry-Mix-Mama hier drin. Oh, Digga. Schade. Oha. Schade, dass er auf Familie geht hier. Oh, ich bin erster Platz. Max ist erster. Scheiße. Hahaha. Digga, ihr wisst einfach nicht, wie man mit Geld umgeht. Hier, Millionär iCry-Mix. Zeig euch, wie es läuft. Ich schenke deiner Mutter einfach einen Job, Bro. LoL. Schön. Aber ich find's schön, dass du auch wirklich an meine Mom denkst und die halt auch einstellen würdest. Finde ich sehr schön. Wenn bei mir nicht mehr läuft, weiß ich, meine Familie wird versorgt. Dein Vater ist ja hier schon der Butler und dich kann ich auch wieder einstellen. Schade, Digga. Dein Verhalten. Nee, davon distanzier ich mich auch von so ne Scheiße. Okay, noch sind wir auf dem ersten Platz. Wichtig, wichtig, wichtig. Was brauchen wir denn hier noch? Digga, die Reinigungskraft ist ja richtig teuer. Bro, das ist ne Premium-Kraft. LoL, Digga. Hey, was machst du hier? Warum ist mit dir? Ja, LoL. Hey, die falten schon gegeneinander. Was kommst du in mein Haus zu? Wo bekommt man denn jetzt hier schon Waffen her? Ich habe ihn mit der Stichsack hier. Okay, wichtig. So, hier Reinigungskraft haben wir auch freigeschalten. Wen haben wir denn hier noch? Den Koch. Okay, auch wichtig. Wie viel kostet der? 150. Dann haben wir immer was zu essen. Wir müssen hier unsere ganzen Bediensteten in unserer Villa freischalten. Oh, ich glaube hier hinter ist... Ich glaube hinter Level 5 in der Tür sind bestimmt die Waffen. Okay, okay. Bro, das gibt eine Geheimwaffe, glaube ich, hier. Oh mein Gott. Wisst ihr, wann man hier die Waffen bekommt? Das sage ich dir nicht. Das sage ich dir nicht. Schnell, 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 schnell. Frag doch deinen Butler. Genau, frag doch deinen Butler. Hallo, James. James, wo ist hier der Waffenraum? Führ mich bitte hin. Ja, mein Butler heißt James. James hat keine Ahnung. James ist ein Betrüger. Verstehst du das? Digga. Ey, SU hat mich überholt. Was ist denn das hier? Ich weiß ja nicht, was SU da macht, aber... SU cheatet, schade. Ja, ich will ja nichts sagen, aber mein Butler ist halt das Schlauste von euch. Was können wir hier machen? Oh, lol. Einfach Garten. Lol. Man kann hier Garten und so freischalten. Was ist das denn? Digga, da gibt es doch Rasenmähertypen Gärtner. Alter, Gärtner, Grill und so. Pool, Mool hier. Alles am Start. Der putzt mir einfach die Schuhe. Maschallah. Was braucht man denn hier? Boah, jetzt mache ich richtig Geld, Alter. Oh mein Gott. Was ist denn? Cash Mesh in die Tests, Digga. So ein Ding ist das einfach. Bin ich denn hier gelandet? Wir gehen hier nochmal zu unserem Brunnen. Der Geldbrunnen, Leute. Die Cash Flows. Oh, ich mache jetzt so viel Geld. Wasser fließt. Bro, die kosten alle Maximum Geld hier, die ganzen Angestellten. Ich mache 5,5 Gold die Sekunde. Checkt ihr, was ich meine? Boah, okay, das ist schon wild. Oh, ich mache nur 4 Gold. Das nicht. Oh, wir müssen ein bisschen... Ich mache 5,5 Gold die Sekunde. Wer macht mehr, hä? Wer macht mehr Gold? Dann müssen wir ein bisschen... Hallo, Stu! Na, mein kleiner... Unter meiner Bude. Na? Das ist die Dache, Bruder, nennt man das Ganze. Aber was geht, Bruder, hä? Ey, jetzt geht das los. Jetzt geht das los. Ich gehe auch auf S. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr freischalten hier. Wichtig. Wir müssen uns Angestellten... Hey, wer hat denn jetzt schon Waffen, Digga? Hey, Digga, Jungs, ihr kennt die Map schon. Wo kann man denn hier Waffen? Bro, du musst mehr Arbeiten. Du musst deine Arbeiter einstellen. Bro, Bro. Oh, komm, ich zeige dir kurz deinen Waffenladen. Guck mal, hier kannst du einkaufen. Das wusste ich ja gar nicht. Okay, jetzt hau ab hier aus meiner Bude, Junge. Hier kann man doch gar keine... Ach doch, hier. Hier, kommen. Boah, wichtig, Alter. Raus aus meiner Bude, Junge. Raus hier, Russack. 31er einfach, ey. Also, ey, ganz ehrlich, schade, dass wir hier... 31er. So, jetzt habe ich hier meinen nächsten Angestellten. Ich habe dir geholfen. Guck mal, Digga. Jetzt mache ich auch hier 5,5 die Sekunde. Bro, das finde ich schon, ich mache 7 Gold die Sekunde. Ach, du Scheiße. Okay, okay. Los. Ich habe dir geholfen, Bro. Ich muss hier erstmal in meiner Villa ein bisschen klarkommen. Ich kenne mich hier noch gar nicht. Wer ist denn hier auf dem Dachboden? Und was ist denn das hier für ein Paul-Berger? 400. Kostet ja... Oh, Scheiße. Oh, das sind die ganz teuren. Das war ein fleißiger Arbeiter. Man kann hier so... Ja, ja, ich merke schon. Man kann hier auch so Schmuckstücke kaufen und so Einrichtungen für die Villa. Richtig heftig, Digga. Hier gibt es sogar einen Dachpool, Alter. Okay, Leute, wir müssen unser Anwesen verteidigen gegen die Paul-Berger. So, deswegen kaufen wir jetzt erstmal noch den Bummi. Den Idioten haben wir hier gekauft. Jetzt machen wir noch mehr, Leute. Nein! Wir sollten auch in unsere Waffensysteme investieren. Ey, ich bin letzter. Das kann doch nicht sein. So, was kostet der Spaß hier? Wie viel Gold die Sekunde machst du denn, Russack? Digga, Russack ist einfach... Ich mach so viel Gold, dass ich Sue jetzt erstmal hops nehme. Russack weiß richtig, wie man Geld macht. Nein! Russack, du kleine Monkey. Du kleiner Einbrecher. Bleib draußen, ey. Alter, wer ist das denn hier? Menschlich gesehen abschneit. Wir haben einen eigenen Sicherheitsmann. Kann man... Oh mein Gott. Okay, wichtig. Wichtig. Den Sicherheitsmann, der wird unseren Bruder hier verteidigen. Den müssen wir uns als nächstes holen. Loll, ein Home-Kino hat man hier auch noch. Alter, was ist das denn für eine geile Map, Junge? Ich will ja nichts sagen, aber es wird Zeit, jetzt die großen Geschütze auszufahren. Was ich alles schon habe, Jungs. Ihr wisst ja gar nicht. Ich hab... Irgendjemand ist bei mir. Eindringlinge. Eindringlinge! Eindringlinge! Er kennt hinter der Wand. Ich dachte, du wärst oben. Ich hab ein Eindringling. Hey, Russack ist ehrenlos mal wieder. Digga, Russack, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Ich würde auf Russack gehen an eurer Stelle. Ja, okay. Ich würde euch jetzt alle hacken. Warte, wir müssen erst den Sicherheitsmann unten kaufen. Wir kaufen jetzt schnell den Sicherheitsmann, den Bummi. Hacker, random Gegner. Wen hack ich jetzt, Jungs? Team Green, was hackt? Hack mich nicht. Ich hab Team Green gehackt, Jungs. Bin ich Green? Wer ist Green? Hey, wer ist Green? Ich glaub, ich bin Green, oder? Nee. Hey, I give me one, two. Ey, auf Stand ist ein Bounty. Ja, Bro. Oh, was kommst du zu mir nach Hause, Bro? Ey, ich glaub, ich muss jetzt das Lama von Sioux klauen. Ich glaub, jetzt das Lama von Sioux. Komm, ich 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 die Pumpkan. Was ist das hier für ein Schmutz, Junge? Ich glaub, hier ist das Lama von Sioux. Warum kriegt man hier denn keine Pumpi? Yo, Alter. Hattet ihr hier. Nur diese Schmutz-Pumpkan, guckst man hier. Okay, Nick, wir müssen eigentlich jetzt hier mal ein bisschen die Big Weapons freischalten. Die Big Weapons? Ja, ja. Ey, was machst du denn hier? Boah, Leute. Guck mal hier, schön erst mal ausstatten. Oh, rest you down, Digga. Saftig, knaftig. Oh, wichtig, guck mal hier. Oh, guck mal, wisst ihr, was wir machen? Ganz wichtig. Jetzt bin ich sauer, Leute. Jetzt bin ich sauer. Jetzt willst du Ärger machen, oder was? So, guck mal hier. Wichtig. Hä, du was? Das wird Leute aufhalten hier. Okay, wir haben wieder gut Geld gemacht, Leute. Jetzt werden wir hier mal unseren Gärtner noch kaufen. Zack, nächsten Sklaven haben wir hier gekauft. Ja, jetzt wäre ich lieber fern von mir. Max, aber weißt du, was das Problem ist, wenn du auf deinen Gärtner aufpasst? Oh! Ich lebe aber noch, Brody. Ich lebe noch. Er ist in meine Minen reingelaufen, der Bummi. Ich bin aber auf dem Weg nach außen, Bro. Du wirst mich nicht bekommen. Ich klau deinen Schatz. So, alles wegrasiert. Alles wegrasiert. Die wollten mir hier meinen Lama klauen, haben vergessen. Was war deine Idee, Glaser, Stani? Haben vergessen, dass ich da Minen hingelegt habe. Oh mein Gott, SU kommt noch. Oh mein Gott. Ja, wenn SU kommt und denkt, er kann wieder Scheiß machen, dann wird er jetzt sehen, was er davon hat. Ach, Digga, diese Scheißwaffe legt nicht nach. Mit SU reicht es mir jetzt gewaltig. Hey, SU bei mir eingedrungen. SU? Wo ist der Schmutzbänkel? SU ist bei dir eingedrungen? Ja, das ist ein Einbrecher. Ich würde ja nicht sagen, ihr könnt jetzt bei SU einbrechen. Ist er weg? Er ist noch bei mir im Haus. Ich lege bei SU ein. Ach, Digga, was hat der Entfügt offen? Er gibt mir One-Pumps, Digga. Wo ist SU? Wo klemmt der? Bei mir. Ey, Mann, ich hatte doch mein Lämmchen. Wichtig. Es ist einfach wichtig, dass die Nachbarschaft hier zusammenhält. Stani, da komm. Gegen solche Raudis muss einfach die Nachbarschaft zusammenhalten. Er hat jetzt auch Geschein auf dem Deckel. Brody, ich kann doch nichts dafür machen, wenn du vor mein Haus gehst. Ich muss dir auch irgendwie ein bisschen Sauberkeit reinbringen. Bro, bro, bro. Es war doch nicht nötig, zu mir zu kommen. Es ist so dickig, Bro. Entspann dich, Brody. Entspann dich ein bisschen. Und jetzt, Leute, nochmal Waffen-Upgrades gönnen. Langsam müssen wir hier echt nur auf Wacken gehen. Guck mal, wie Stani Hass auf mich schiebt. Guck mal, wie er Hass auf mich schiebt. Stani. Was kostet denn die höchste Stufe? Keine Ahnung. Auch noch ein Skali. So ein schönes Skali. Popmali. Jetzt wird großer Klamer geklaut. Was? Schmeckt. So, jetzt werden wir mal wieder hier ein bisschen mit... Was machst du denn? Alter, Leute, wir sind auf dem dritten Platz abrutscht. Gar nicht gut. Ich hab gesagt, Sieg sich ging mich an, Digga. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwelche Upgrades kaufen können. Hat einfach die golden Items und so schon, weißt du. Digga, ich glaube, wir haben mittlerweile unser ganzes Haus freigeschalten. Alles gekauft. Das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Das fand ich jetzt schon unfair. Okay, Leute, meine Villa ist geupgradet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen auf Raubzug jetzt hier. So, James, du passt hier auf, dass hier niemand Scheiße baut. Stani, das hier ist komplett die Lage. Weg von meinem Haus, As-You. Was machst du denn immer noch vor meinem Haus? Er ist immer noch hier drin, ey. Bro, das ist mein Haus, Brustag. Ist es nicht, ist es nicht. Was ist mit dir los, ey? Ich hab dich gewarnt. Kann denn jemand mal hier rausmachen aus deinem Haus? Keine Sorge, ich hab ihn aus deinem Haus raus. Aber du musst auch raus... Was sollt ihr alle in meinem Haus machen? Ey, Leute, mal eine kurze Frage. Kann man sich hier irgendwann nichts mehr kaufen, ey? Ich hab so viel Geld, aber ich kann gar nichts mehr kaufen irgendwie. Doch, super Waffen und wie... Ah, stimmt, das hab ich vergessen. Ich mein hier so aber Upgrades am Haus. Ey, Stani, ich will mein Lama klauen, Jungs. Hilft mir, bitte. Schiller einfach jetzt hier bei mir auf der Veranda. Und verteilt Snipes an As-You. Snipes nicht einfach weg. Digga, weg, du Schmutzbängel. Oh. Sieh an. You, you will was taken. Sieh an, was wir hier alles Schönes haben. Oh, Digga. Boing, 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 boing. Dieses Loadout, Leute. So, jetzt tun wir hier noch alles voll equippen. Stani hat Angst. Stani hat Angst. Guck mal, wie leise es ist. So, hier nochmal gecheckt. Ah, warte mal. Irgendjemand hat hier meine Minen ausgelöst. Stani, du bleibst stehen, Junge. Interessant, dass wir hier erfahren, dass Leute bei uns in der Bude waren. Was ein Lacker, Digga. Ich wage es nicht, in meine Bude zu kommen und irgend... Ey, was ist das denn? Ey, von allen Seiten ziehen. Wir haben die Super Weapon. Wir haben die Super Weapon freigeschalten. Alter, Schild haben wir auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Jetzt sind wir OP. Jetzt sind wir OP unterwegs. Nein, 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 nein. So. Alter, das gibt es doch nicht. Jetzt werden die anderen kassieren. Stani nervig, Leute. Jetzt werden wir wieder auf Platz 1 gehen. Raus, 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 jetzt. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Beiseite, Russack. Ihr seid alle in meinem Haus. Und ich bin einfach Erster. Ich check's gar nicht, Bro. Ihr könnt doch nicht alle in meinem Haus sein. Bitte, warum bin ich so krank? Haltet euch lieber von meiner Base fern, das hab ich euch jetzt schon, Jungs. Na komm, Max, na komm. Wo bist du, Maxi? Komm raus, Willi-Kleimix, komm raus, ist mein Schächti. Komm raus, kleine Maus. Ich weiß. Maxi hat er ihn genannt. Maxi will meinen Lami klauen. Guck mal, er ist da leise. Er ist richtig konzentriert gerade. Nein, das ist you. Nein, es ist gut gemacht. Du hörst doch nicht, weil das war es. Mann, ich war schon in meinem Haus angekommen. Ich hab ihn nicht mal gesehen, Alter. Er hat sich rausgeschriecht. So wie Spiderman-Bread. Nee, da kommst du nicht damit raus, Digga. Moll, Maxi. Ja, Digga, chillt doch alle bei mir jetzt. Moll, Maestro. Jetzt chillt doch alle bei mir, er ist okay. Der Typ hat einen Jetpack, der Fischkopf. Warum hat der einen Jetpack? Ja, gut, dass du wieder mich abschießt, SU. Alter, ey. Wir müssen russakillen. Wo ist der Typ? Ja, wir müssen russakillen, er schießt nur auf mich. Er hat mich russakillen. Ey, wieso standen hier einfach 82 Punkte? Kann mir das jemand mal da glauben? Ja, Bro, er ist die ganze Zeit so ruhig am klauen. So ein Ding ist das einfach. Ja, weil ich einfach besser bin hier. Guck mal, wer ihn überholt hat. Ach, Bro, Junge, Alter. Also ehrlich. Man wird hier von allen Seiten attackt. So, jetzt soll ich mir den ersten Platz holen. Bleib hier weg, mein Sohn. So, jetzt schön den ersten Platz gesaved. Keine Munition mehr, perfekt. Ey, bei mir ist jemand. Das ist wohl Stani, Brody. Nein. Nein, Mann, wer kam da noch? Ey, ich glaube, Stani hat einfach die ganze Zeit SUs Lama gerippt, als er so still war. Ja, das kann natürlich sein. Und ich hab dich jetzt. Was? 20er? Richtiger Nachbarschaftskrieg hier. Oh mein Gott. Was machst du hier? Nein, ey. Was machst du hier? Das ist echt schwer. Aber, Bro, weißt du, Max, willst du jetzt die Rache haben für den Raid? Bro, komm. Ich bin da. Eins gegen eins, komm. Oh, SU gegen Stani. SU gegen Stani. Mein Lami kriegst du nicht. Wo kann man, wo kriegt man denn dieses Chat-Pack her, Alter? Nein, 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 nein. Ach, Digga, ey. Mann, ich hör auch nix, weil die die ganze Zeit umschreien, ey. Bro, ich werd hier von allen Seiten eine Tag. Sucht euch doch mal andere, ey. Max, weg. Nee, ich hab keinen Bock mehr, Junge. So, ein Punkt, das war's, Leute. Guck mal, Russack. Was ist los, Brody? Was ist los, Alter? Guck mal, ich hol dich jetzt ein. Guck mal, ein Punkt, nur. So, ich gewinne. So, ich gewinne, oder? Nein. Ja? Hä, das war's? Standard-Skill, das war's? Da ist der Sieger! Nee, war's, war's letzte Mal. War's letzte Mal, da ich mit euch Tycoon gespielt habe. Ich hab auch gewusst. Boah, ihr wart gleich auf, Alter. Hä, da steht Russack. Hä, da steht noch was ist. Ja, aber Russack jetzt. Hä, beide. Beide 101. Egal. Leute, ich würde sagen, das soll's gewesen sein von dem Millionärs-Tycoon. Stani und Russack sind auf jeden Fall hier die größten Millionäre. Russack, äh, SU liegt, glaube ich, unter einer Brücke. Ich bin so, ich bin, ich bin Geringverdiener. Äh, ja, Leute, da würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crywix. Zum.